Herzlich Willkommen zu Minecraft Feed the Beast und zwar dem Server Feed the Beast Projekt. Ja wie ich ja schon gesagt habe. Ich sage Quatsch noch nicht so lange legen gleich mal los. Falls es noch ein bisschen ruckelt, liegt es an der Server Einstellung. Ja ich kam nicht dazu die Server Einstellung richtig einzustellen. Ich glaube ihr könnt da mal schreiben. Okay da bin ich irgendwie gestorben. Davon weiß ich gerade nix. Oh dann ist so ein großer Baum. Die IP habe ich schon in die Dings gepackt. In die Beschreibung vom... Okay das ruckelt ziemlich noch. Ich habe echt keinen Plan warum. Und es wird schon Nacht. Ja ich bin schon ein bisschen länger hier drauf. Damit das nicht so ruckelt. Und ähm... Es gibt ein paar Regeln. Okay das ist... Glimpse oder irgendwas. Das ist Stein. Den nimm ich mal mit. Ähm... Helligkeit. Okay die ist auch voll hoch. Da tut es mir leid wenn ihr jetzt nichts sieht. Weil ich weiß aber dass es in der Aufnahme auch so sieht. Ähm... Es gibt ja ein paar Regeln. Und zwar ähm... Sag ich es... Erkläre ich es dir jetzt mal. Es sind die... Es gilt die Regeln. Nicht grieven. Ähm... Trollen darf man. Aber halt nichts kaputt machen. Und ähm... Hier... Ja fair. Fair mitspielen. Okay das kann ich auch mal abbauen. Leute. Na wir fangen ein bisschen... Schon mal an mit etwas. Ich möchte ja nicht gleich äh... Hier so langsam beginnen. Da ist ein Schaf. Das holen wir uns doch mal. Oh das... Das geht... Alter das geht so nicht. Das geht auf keinen Fall. Wie das ruckelt. Ich glaub da muss ich gleich mal ein bisschen am Server... Bei den Einstellungen rumspielen. Falls es in der Aufnahme leckt äh... Tut mir furchtbar leid. Ah ja das geht auch. Okay. Äh... Was sind das hier für Bäume? Achso. Das sind Gummibäume. Die kann ich gut gebrauchen. Oh. Ja genau. Die verschwinden. Die Blätter verschwinden richtig schnell. Bei diesen... Bei diesen Bäumen. Seht ihr? Und da hat man auch schon nen Setzling. Finde ich richtig cool. Das ist mega geil auch. Und ähm... Ich find's auch geil dass äh... Ja dass wir jetzt hier zocken können endlich. Weil ich wollte das damals schon machen. Aber das hat dann so richtig geklappt. Da gab's richtige Probleme. Das hat mich mega angekotzt damals. Oh das hat nen Hut. Ja stimmt ihr könnt mit Haar... Hier... Euch Hüte aufsetzen. Oh das ist geil aus. Gleich mal Nahrung holen. Geht ja geil dass man hier ohne Nahrung dasteht. Okay da ist schon Zombie. Hallo Zombie. Na ja ist ja normal. Ich hab ja jetzt... Zuerst mal Monster getötet. Oh. Ich hör hier irgendwo Lava. Und so eine Folge geht so 10 Minuten. Oh. 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 Ich bin erschrocken. Einmal ist da so ein scheiß Baby Zombie. Wie gesagt die Welt ist ziemlich ziemlich groß. Ich glaub die ist glaube ich unendlich auch. Sie wollt euch keine Sorgen machen. Dass ihr... Nix mehr bekommt. Ihr kriegt... Ihr kriegt schon alles hin. Ich glaub ich esse ein bisschen was davon. Oh ja es gibt tatsächlich ein bisschen was. Boah schlagen wir dann mal Lager oder sowas ähnliches auf. Also ich hatte geplant wie so eine Stadt zu bauen. Also das hatte ich ähm... Das hatte ich sofort. Ja da hinten so... Vielleicht hier so in dem... Aber hier ist halt... Ja das ist halt ein... Blödes Waldgebiet. Wo er nicht mal hier eine freie Fläche ist. Lassen wir halt ein bisschen suchen. Ich geh mal zu meinem... Death Point hinten. Ich glaub ähm... Ich mach auch äh... Einen Livestream. In äh... In einer Art dieser Falle. Ihr könnt das ja mal schreiben. Komm stirb. Ja komm da Livestream ich halt noch. Ist mir egal. Diese scheiß Creeper. Ganz ehrlich. Boah man der schreckt sich immer so hart. Was ist hier? Oh... Mini Höhle. Oh... Ich hoffe das jetzt kein Creeper von vorne kommt. Ja... Ja... Oh lol... Da oben... Da ist so ne geile... Da ist so ne geile Insel. Ja... Wurde ich sagen... Hier so... Ja da baue ich da hier so meine Haus hin. Ähm... Ich muss doch nochmal gucken wie man sich hier... Orte markiert. Weil ich hab gesehen das kann man ja. Und... Scheiß Zombie ey man! Ich hoffe ihr habt äh... Noch schönen Silvester gefeiert. Habe ich... Tatsächlich auch mal. War ganz entspannt auf jeden Fall. Da pack ich da die Hälfte rein und da... Monster... Ne... Was braten wir denn jetzt mal? Sagen das Fleisch. Wartet mal, wartet mal. Kann man nicht auch... Ja! Das geht! Nice! Jetzt kann man hier nämlich das... Hä? Konnte man doch... Ach egal. Gut... Dann können wir noch ein bisschen Dings hier... Holz... Ich muss auf die Zeit achten. Es wäre blöd wenn es... Übersteuert also... Wenn es hier jetzt übersteuert und dann... Die Zeit... Ja... Dann... Dann... Dann ich nicht auf die Zeit achte. Das wäre mega behindert. Das wäre echt egal. Dann hole ich mir nochmal zwei. Also zwei Steaks hier auf dem Ofen. Ähm... Ja... Wie gesagt euer Death Point wird euch hier angezeigt. Habt ihr ja gerade schon gesehen. Die IP packe ich auch nochmal in die Beschreibung. Ja... Würde ich sagen... Ähm... Wer es euch gefallen hat... Äh... Lasst da positive Bewertung da und... Dann sehen wir uns später beim Livestream nochmal. Ja... Dann... Bis später. Ciao!